du musst ansagen ich muss ansagen wieder zurück zu einer weiteren Folge mein Gott entwürgt ich bin heute gleich ich bin der Black Duel und ich habe auch das Jahr als ab die Schiff was von uns dann zaubertisch keine Ahnung was für alle Dänen verloren nein schade durch if you can get past this you are the king of parkour ach du kacke also doch noch nicht das letzte Level hier nein du musst dann noch diese so kurz has beher's alt 5 cent 12 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 seit dass nun der ist wieder bei mir gespawnt und wichtig bei 12 12 1 ein für belastik mein uns nur die Lutscher Schöne, berauschende Musik, ne? Nervt. Ich hör die gar nicht. Tja, meine lieben Freunde, ich bin durch. Ja, warte. Yay! Alter, raste nicht aus. Ich doch nicht. Lüge doch nicht, hab mal nur gehört, wie du voll auf den Tisch gehauen hast. Ey, die fucking Falltür. Ne, ich war durch, du machst Tür zu und ich fall wieder runter. Wie? Ich mach Tür zu am Arsch. Ach, die geht von alleine zu? Ja, die hat, du musst einen Knopf drücken. Hab ich aber vorhin schon einmal gesagt. Ja, ich hab den Knopf gedrückt. Ich stand davor, die Tür war offen. Ich wollte gerade durchgehen, die knallt zu und ich fall zurück. Ja, die geht auch irgendwann wieder zu, ne? Boah, ich hab das perfekte Bild jetzt. Ich nehm die ganze Map einfach so Minecraft. Warte, da muss ich dann ein bisschen... Scheiße! Warte, Teilchef, ich geh jetzt nochmal durch hier. Die ganzen Bäume sind im Weg. Lava hier hin, Lava dahin, alles hier voll mit Lava machen. Damit ich die ganzen Bäume abfackeln. Ich mach mal grad das Thumbnail, ne? Ja, ja. Dafür muss ich mal eben kurz den halben Wald abbrennen. Welcher Spastier hat da oben die Falte zugemacht? Wieso, ich nicht? Ich bin draußen, ich kann's nicht gewesen sein. Irgendwann hat gerade die Falte zugemacht. Das haben wir auf jeden Fall gehört. Ich komm da rum an und die Falte ist zu. Jetzt ist es schon wieder auf dem Ende. Doch nicht. Oder ich nehm sie so. F2, damit die ganzen... Ne, F1 war das, ja. So sieht das gut aus. Oder? Ja, Adventure Map. Minecraft World. Perfekt. Es ist blöd mit diesem scheiß Thumbnail. Alter. Ihr seid da ja noch zugange. Buckelst du bei euch gerade vielleicht? Ja, ein bisschen. Wieso? Ich würde daran liegen, dass ich hier gerade alles wegmache. Dieses perfekte Thumbnail zu bekommen. Ich habe eine andere Idee, ich Idiot. So, Freunde, ich bin... Seid ihr jetzt mal endlich durch? Nein. Ganz ruhig. Brauna. Kann ich mich da nicht einfach so hochhangeln? Das geben würde ich dir schon nichts getöten, um die anderen zu kriegen. Trickst du nicht. Ich spalte meine Sachen. Du kannst meine Sachen nicht bekommen. Du kannst mich so oft schütten, wie du willst. Ja? Ja. Solltest du dich aber nicht wagen. Ich annele jetzt Fischer. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt einfach hier mal ein paar Thumbnails, ne? So, ich habe welche. Ich habe genug. Ja, würde ich sagen... Teilchef, bist du durch? Was ist das denn für ein Spawner? Das ist ein EP-Spawner und das andere ist ein Pig-Spawner. Ja, der Teilchef ist durch. Dennoch würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Adventure-Mail. Ich bin noch nicht durch. Ich bin noch nicht durch. Du bist unwichtig. Nö. Jetzt an Marvin, wir sind durch. Die Map ist fertig. Michelle ist ja durchgekommen. Ja, und Zuschauer wollen ja eigentlich nur das Ende sehen. Ja, und das war jetzt... Michelle. Genau. Den noch, meine lieben Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen. Nächste Adventure-Mail kommt bald. Genau. Nach Black-Dial-Peace. Oh, genau. Und bis da, ein Freund. Ciao. Ja, ich habe gleich gesagt, Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr Adventure-Mail-Spawner bezochen können, schickt uns... Genau, per E-Mail. Genau, die jetzt unten eingeblendet ist. Genau, muss ich einsetzen. Haha. Genau. Ja, und bis sehen. Tschö. Marotoshi. Achso, ja, genau. Ähm. Ciao. Okay. Ah ja, hast du schon F9 gedrückt? Nein. Gut. Map-Part-Seed. Die Map war geil. Ja. Genau. Okay. Jetzt aber tschüss. Tschö.